So, also wir fahren jetzt zum Transportzentrum und ich guck mal wie gut ich da nur mit dem Brutalizer durchkomme. Einzige Ausnahme sind natürlich die Gegner, womit man die Genesis Waffen benötigt. Aber ansonsten Brutalizer, gucken wie gut kriege ich da auch den Boss hin. Ich hoffe mal es wird nicht dieser schlechter da sein. Sondern einfach der Bergheim Typ da. Oh das Transportzentrum kenne ich noch nicht. Dann hast du aber schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Man hat doch jetzt hier so eine Drohne und dann geht man halt ins Transportzentrum. So, gucken wir mal. Ja hier die Gegner, die normalen, die kriegt man ja einfach hin. Aber ich weiß nicht wie gut der Boss damit zu machen ist. Allen voran wenn es nachher der schlechter wird, dann wird es richtig hart glaube ich. Ist hier kein Gegner. Da ist. Wollte sagen irgendwo steht doch einer auf. So. Der Schlachter wird so schwer. Hi Natalia. Moin erstmal. Okay. Nur mit dem Brutalizer. Ich hoffe mal dann, dass ich ihn nicht bekomme. Den anderen kann ich ja schön im Kreis laufen. Und die Sache ist, ich glaube der heilt sich ja mehr. Meine Güte bleib ich mal eben stehen. Die gehen mir grad ein bisschen auf den Sack hier. So. Die sind auch sehr nervig diese CD Leute. Mit ihrem heilen. Das ist manchmal kacke finde. Man läuft so zurück. Und man hört den Schuss, aber der ist nicht ausgelöst. Man hört, dass der Schuss stattgefunden hat und dann kein Schaden. Weil man doch die Millisekunde nicht länger drauf gehalten hat. So. Okay. Hier noch nicht. Ah, da sind die. Ah, jetzt werde ich mal eben ganz kurz vergiftet. Oder gesagt Blutung. Nicht vergiftet. Da wollte ich ran. Puh. Und es ist flach da. Jetzt bin ich gespannt. 11 Schaden nur. Na ja komm, die Drohne kann ich ja rufen. Die hat man ja sowieso dabei. Schön weit weg laufen. Boah, da war das lang. Wenn ich schneller zurück als er. Eben schnell die Vögel umbringen. Nein. Ach, fuck. Komm mal mit. Wieder schön weit weg. Nein. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Dickwanz. Wo ist der letzte da? Scheiße. Scheiße. Was ist der Letzte? Woah! Dieses Giftzeug ist so ätzend, ne? Uppsala! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, 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 nein Oh, geschafft! ist machbar aber was macht der warum läuft er einfach nur so ach der hat eigentlich guten guten loot ne ach stimmt der hat eigentlich richtig gern lud egal danke uwe danke für den applaus danke 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 mein gott er es war aber doch ein kampf wenn er nach dem heilen sein gift nicht machen würde wäre es um einiges einfach aber diesen gift und dann noch die schläge dazu er da macht einfach mal so 40 50 damage ohne dem wäre es ja werde um einiges einfacher er kommt gleich wieder dieser typ da euch doch mal eben hier und dann eine schnellschuss waffe eben mal hier nehmen mich in dem schnell abballer wo kommt er wieder hier und dauert das eine gewisse zeit da oben eigentlich was drin da hatte ich geöffnet ja den hat geöffnet wo ich mir gleich geöffnet Mampfa vielleicht kommt der gleicher wenn ich hier einmal durch bin oder vielleicht hier muss ich auch einmal raus und wieder reinflächelander. Mal gucken. Jo, spook me on. Kein Problem. Spook du mich auch an. So, jetzt muss ich ja eben die Waffen wechseln, weil die mit Brutalizer sind halt nicht wirklich machbar. Keiner? Den konnte ich jetzt noch machen. Ups. Ach. Bam. Sollte ich meine Fahrkarten für die Bundeswehr bekommen? Herr, du hast ja gesagt, dass du zur Bundeswehr gehst. Tja, habe ich schon wieder vergessen. Sorry. Komm, einer fehlt hier noch. Stufe 56. Drone. Schade. Keine Siedlungskiste. Mir fehlen auch noch zehn von diesen Metallgeflächen. Schlechtdingern da. Metallgitter. Die Drohnenwerkbank. Schade. Achso, halt. Die Kiste auch noch öffnen? Die vergesse ich jedes Mal, ey. Ah ja. Manchmal kann man so auch vergessen. Gehe ich mal gucken. Vielleicht ist er jetzt ja wieder da. Nö. Doch, geheim. Lass mir den PC nicht öffnen. Lüste Karte. Welche Kiste dürfte ich dann? Braue ich nicht. Braue ich nicht. Braue ich nicht. Dann wird es wohl die. Gern mal hier so ein Drohnenmodul. Komm. Hat Feines. Naja. Eher weniger. Das ist in Ordnung. Ich meine, die sind auch gut, natürlich. So ein paar Waffen davon. Aber ansonsten. Das schmeißen wir mal weg. Machen wir mal weg. Machen wir mal in der Dings. Gehen wir nach oben lang. Gerade ein bisschen Angst. Wenn alle drei gleichzeitig ballern, ist man eigentlich tot. Oh, komm mal ein Motorcycle Ding. Dann braucht man nicht mehr. Ne, aber schön zu haben. Will ich haben. Braucht man nicht, aber dennoch. Dennoch. So, jetzt brauchen wir nur noch hier diese Gegner. Ich habe nicht gelegen, was ich jetzt eingesammelt habe. Ach, Manno. Ja, schutz mich ruhig. Ja, 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 ist ja gut. Gleich keinen Grund auszurasten. So, ich kann dir jetzt mal das Schild wegpacken. Kannst du jetzt ein Schild wegpacken? Nicht? Okay. Mein Gott. Kannst du mal deine Freunde da mal da? Sehr gut. So, und noch den letzten Gegner hier unten. Oh, verdammt. Ich muss... Ah, das muss ich auch noch hier mitnehmen. Kann ich den Dapfel dann wegpacken? Hier. Zack. Zack. Dann sind wir jetzt komplett durch hier. Auf jeden Fall hat man gesehen, mit dem Brutalizer kann man hier auch einiges hinbekommen. Ne? Man spart auch da wieder ein bisschen Waffen. Sehr schön. Und jetzt sind wir euch ganz gebraucht. Ich habe mit dem Brutalizer jetzt Bunker Alpha gemacht und Transportzentrum. Könnt ihr jetzt noch die Farben machen. Easy going. Ja, wieder Zeit zu winken. Sehr schön. Und jetzt schon. Du laupst.